tja wir dürfen können durch türen schießen oh mein gott alter der penner hat das gesamte magazin auf mich abgeschossen wie asozial sind die hier man wir sind noch nicht mal fertig mit den kunden wenigstens welche ganz bereit deswegen die mission mag ich absolut nicht die beschissen ist eigentlich man hat so viele gegnerische soldaten hier rumflattern und jetzt eigentlich meine soldaten verstärkungen wir sind schon da sind nicht nur eine möglichkeit wollen dass sie zu gehen heute nicht nein wo was zwei granaten alter leute zwei granaten das wort übertrieben ist in eurem vokabular mit drin leute alter wir sind zu viele soldaten man ist hier wirklich auf offenen feuer beiden seiten kommen einfach viel zu viele soldaten so na sag ich na sag ich na was ne granate war da ich tu nicht lang ey die granaten schon wieder wart noch nicht gut küche ist bereit alter alter guten fucking kontrolpunkt Alter, wie viel Wie viele kommen da denn noch raus? Wie die Kakerlaken kommen die da raus? Also jetzt die, ne? Ich wollte jetzt keine rassistische Äußerung nutzen, aber... Ernsthaft, Mann, wie viele kommen da denn? Du, weil das ein Niederschuhen kommt der nächste. Weil das ein Abkommen sofort nächste. Und das ist ein Sekundentakt, die hier raus. Ist doch nicht normal. Oh, jetzt reicht's mir. Hier jagt hier niemand hoch. Ich renne durch. Und ihr sterbt. Ach, jetzt ist alles klar, ne? Sobald ich da rein renne, ist klar. Ach, die Tür auf. Hey, guck mal hier, wie viel hier sind, ey. Und dann sieht's noch schlimmer aus. Okay, hier sind... Irgendwie, keine. Das wundert mich jetzt aber ernsthaft. So müssen wir ja nicht langen. Ach, hier bin ich. Ach, hier bin ich. Wow. Na, dritten die Tür ein. sicher ja tanken ist wichtig, Ziel ist oberhalb mein Panzer, what geht bitte Ziel erfüllt, bringen sie sich zur Hoffnung, dass sie nightlandezone die Namen sind schon mal gut ausgedacht ja, das war es leider noch nicht obwohl ich das echt gerne hätte das zu Ende ist ne, es ist auch cool das war eine echt schwere Mission die Spezialeinheit ist unterwegs, um alles da zu holen, wir brauchen jeden Mann als Roms hier an Bord, ober verstanden, wir haben sie in den Platz aufgenommen, als Roms hier mal gefunden, alle Mann an Bord, na los jo, alle Mann an Bord wir haben eventuell Al-Azad in der Hauptstadt entdeckt, das 4. Bataillon ist auf dem Weg die Ausklärungsdaten des SAF lassen vermuten, dass Al-Azad einen russischen Sprengkopf besitzt wir müssen uns vereilen, Noteinsatzteams wurden losgeschickt unsere Spezialeinheiten haben den Großteil der Luftverteidigung ausgeschaltet aber alle Ersatzbodeneinheiten sind noch eine Bedrohung sieht aus, als würden wir mit dem vollen Programm angreifen wir schnappen Al-Azad und beenden diesen Krieg jetzt und hier los Marines Ok Da merkt man wie viel Macht die USA hat, ne, wie viele Helikopter und Panzer Da, da sind die Panzer Ah, finaler Schlag Ist das hier wirklich der finale Schlag gegen Al-Azad? Ah, hört sich doch schon mal gut an BAN BAN Boom Ok, wir wurden getroffen Alter 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 wir dürfen diesmal im Helikopter bleiben oder ja ja wir dürfen im Helikopter bleiben wie genial ja wir helfen gerne Helikopterarbeit macht mehr Spaß als unten rum zu hängen scheiß diesmal muss ich auch raus wir haben so wenig Zeit für die Mission jetzt ich kann sagen wir müssen hier förmlich rüber hinrennen durchrennen aber das ist Okay. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Wir sind's Captain. Raus hier, bevor sie sich neu formieren. Ach, fickt euch doch, Mann. Wie soll man da bitte schon normal agieren können? Ja, wir sind aber auf der Stärkung. Alles gut. Tja, sieht irgendwie schlecht aus. Sie haben sich schon irgendwie formiert, ne? Komm her. Bala-bam-bam-bam-bam-bam. Keine Ahnung, wovon. Durch wen. Ich würd's gern mal wissen. Wer hätte ich denn bitte schön vermisst, Mann? Meine Güte! Ich will da nur vorbei. Musste der Typ, der da unten lag, wirklich unbedingt noch laufen und mir so den Weg versperren? Oh, die haben wir raus.